Gleich will er mit Schülern über Bürgerbeteiligung diskutieren. Aber ein Besucher setzt ein anderes Thema. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir, wenn Sie mal das Maul halten, im Moment einfach das Maul halten, wenn ich ein Interview mache. Das ist nicht ehrlich, das ist ein Dump, aber das ist ein Unterschied. Ich finde es gut, dass Sie zu empfinden. Jetzt ist es aber gut, also irgendwo können wir nochmal. Warum das Thema Bürgerbeteiligung jetzt als Diskussionsthema? Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen der Zukunft. Denn wir haben natürlich unsere Demokratie immer stark aus der Abgrenzung zu dieser furchtbaren Nazi-Diktatur, zu dem DDR-Regime begründet. Und ich glaube, das reicht nicht mehr, um junge Menschen zu überzeugen.